Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3 und ich habe heute mal vor, diese ganzen Nebenmissionen wieder mal, äh, zweites Mal, ähm, zu lösen, zu beenden, wie auch immer alles und, ähm, das habe ich mal nachgeguckt, es ist nämlich auch problematisch, weil es problematisch sein könnte im Laufe der Story. So. Okay. Habe ich Nachrichten? Nein. Tatsache mal nicht. Kann ich mit Trainer reden? Sehen Sie sich diese Anaxie-Karte an? Wissen Sie, wie viele Strategiespiele darauf beruhen? Sie spielen sowas? Manchmal. Ist mir zu modern. Schach ist mir lieber. Zu Hause habe ich Figuren aus Rosenquanz und Hämatit machen lassen. Ich habe gern was Festes in der Hand. Da ich jetzt Ihre Schwäche kenne, sollten wir mal eine Partie wagen. Ach, das wäre lustiger als gegen Edi. Edi schwitzt nicht. Sie schwitzen beim Schach? Kommt drauf an, wie viel Spaß wir haben. Ah, ja, natürlich, ne, ich habe gern was Festes in der Hand. Ich verstehe schon. Ja, eigentlich können wir auch nämlich hier direkt, äh, den, 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 den Fahre heilen und die Bombe finden. Aber die Bombe hat Zeit. Die hat Zeit. Das ist gar kein Problem. Ähm, ich habe hier auf einem kleinen Zettel aufgeschrieben, wo wir hin müssen. Erstmal müssen wir nach Isma wieder. Ja, so. Hoffen, dass, ähm, wir da jetzt eine Ruhe scannen können. So. Weiß ich irgendwie immer noch? Ähm, anscheinend hier darum ging. Verstehe ich's nicht. Ah, okay, es geht anscheinend irgendwie immer noch nicht. Hä, warum, warum kann ich denn nicht scannen dann? Hier kann ich ja nicht scannen, ist das Problem. Hier ist auch kein Knoppelz. Außerhalb des Systems ist auch nix. Ha. Schön, ich kann hier eigentlich auch drauf losgehen, ohne dass mir irgendjemand was stört. Aber irgendwie ist hier nix. Mir wurde gesagt, ja, ich soll den nächsten Mal, äh, scannen. Jo. Mach ich. Da ist aber nix. So. Also, ich bezweifle auch, dass da irgendwie, ich was übersehe, weil das würde ich halt wissen. Im Treibstoffdepot kann ich auch nix machen. Hm, ich glaube, das ist ein Bug. Was merkwürdig wäre, weil dieses Spiel eigentlich doch relativ bugfrei ist. Jo. Ne, ich kann auf Isma nix scannen. Das, ich verstehe's nicht. So. Hm. Für die anderen Sachen muss ich auf die Zitatel. So. Hier scannen ist halt auch relativ sinnlos. Böp, böp, böp. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, zum Botschaften. Ich muss zu den Botschaften. In Ordnung. Und zwar... Gibt es hier nämlich... Ja, das Specter-Büro. Da kann ich irgendwie eine Sache kaufen für eine Sache, die ich anscheinend auf einer Mission vergessen habe. Einfach mal gucken. So. Ähm, ähm, ähm. Ne, das ist das Falsche. Black Widow. Hm. Okay, dann würde ich behaupten... ...hab ich das eingesammelt, wenn ich's hier nicht im Shop hab. Okay, dann muss ich nämlich zu Ellison wieder zurück. Und... Ach, verdammt, für das eine hätte ich zum Wula, äh, äh, ins Wielandeske muss, verdammt. Äh... Mist. Ja, ich muss noch mal zurück. Weil das ist ja auch wieder auf der Norm, äh, auf der Citadel, deswegen... Verstehst du? Das ist problematisch. So, eh mal diese Keeper-Wege, ey. So, ja, zurück nach der Norm, die ich weiß. So. Äh... Verlassen dadurch hier ins Milan-Nest. Da. So, und dann in Vena, oder Vola, oder wie das heißt. Genau, nach Vula. So. Und da sieht man schon, da soll ich die Artefakte nämlich finden. So. Ich habe etwas gefunden. Gut, auch was gefunden, ja. So, äh, was haben wir denn da? Vana ist ein großer Gesteinsplanet, der mit großen Mengen Trockeneis bedeckt ist, wodurch nur Spuren von Gasen für seine Atmosphäre übrig bleiben. Seine Uranvorkommen haben vor langer Zeit batterianische Bergarbeiter angezogen, und als diese erschöpft waren, wandten sie sich dem Magnesium zu. Die Weeper haben die Kolonie vernichtet, indem sie Löcher in die Kuppelstätte geschossen haben und dann die Bewohner dem Ersteckungstod überlassen haben. Irgendwo da links... Aha. Ich vergesse es immer, dass ich die Tasten gleichzeitig drücken muss, ne? So. Das sind die Artefakte nämlich für den Schwarzmarkt. So, was ist auf Azimir? Azimir ist ein Wasserstoffhelium-Gasgigant, dessen Gravitation die Umlaufbahn von zwei Asteroinfeldern in der Nähe so beeinflusst, dass die Asteroiden bei Kollisionen zerspringen, statt zu Planeten zusammenzuwachsen. Hier ist Raumschritt einer großen Schlacht zu sehen. Wachs von Schiffen der batterianischen Navy handelt Schiffen und einigen Weeperkreuzern. Anscheinend hat die Navy der Batterianer versucht, die Helium-3-Betankungsstation zu verteidigen, damit zivile Schiffe Zeit hatten, aus dem System zu entkommen. Mhm. Und was haben wir hier? Auf Erspot? Erspot Erspot war eine wohlhabende batterianische Kolonie mit Landwirtschaft, Mineralverkommen und industrieller Infrastruktur. Es gibt aus diesem Raumsektor kaum aktuelle Informationen. Die wenigen Funksprüche von dort zeichnen aber ein düsteres Bild. Indoktrinierte batterianische Beamte bieten Belohnung für jeden, der in die Arbeitslager gebracht wird, ob Sklave oder nicht. Mithilfe des Staatsapparats durchsuchen die Weeper Häuser nach entgliedern des Widerstands und bezahlen Verräter. Die Regierungspropaganda tut den Geruch der Verarbeitungsschiffe als natürliches Nebenprodukt des Energieverbrauchs der Weeper ab. Raus sollen aus vernichteten Städten erzählen die Geschichte jener, die sich aufgelehnt haben. So, dann wollte ich noch das mit den Asteroidenfällen angucken. Manchmal sind da ja auch welche drinnen. Oder hier? Ja, auch nicht. Okay, und in den äußeren Ring? Da ist auch nix. Okay. Das ist was im Portal. Wula habe ich nur 50%, das ist auch schon mal gut. Wahrscheinlich muss ich da noch irgendein System anfliegen, denke ich mal am ehesten. Wieso ist hier keine Tankstelle? Egal, äh jetzt das Citadel zurück. Da müssen wir ins Präsidiumsunterhaus. Genau. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Ja, ja. Ich brauche ein Taxi zum Präsidium. Steht umgehend zur Verfügung. Gut. Damit kommen wir nämlich jetzt erstmal zu dem Waffenhändler. Ähm. Um wiederum General Otarka zu überzeugen. Pipapo und bla bla bla. So, äh. Ich dachte für einen kurzen Moment, dass wir sauen. Äh, sauen. Ähm. Solos. Ich habe da einiges für Sie. Sehr gut, Commander. Gehen Sie zu General Otarka. Ich werde C-Sicherheit sehr glücklich machen. Danke. So, oh. Haben wir 15.000 Credits bekommen gerade? Irgendwie ist das aber ständig, dass die Einnahmen von heute den Kriegsbedingungen zu Güte kommen. Commander, mir hat gerade ein Schwarzmarkthändler gesagt, dass er erstklassige Waffen an C-Sicherheit spendet. Er wollte, dass Sie das wissen. Sie haben es geschafft. Und die Blue Suns können weitermachen. Wir konzentrieren uns auf die Citadel-Verteidigung. Das bringt Pelven nicht zurück. Aber immerhin. Danke, Commander. Joa. Das hätten wir geschafft. Äh. Na, wenn es sonst nichts ist. Hm, 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 hm. So. Wir müssen also in den Wartebereich der Docks anscheinen. Um den dritten Kontaktmann quasi für diese Mission wieder zu kriegen. Was denn? Ach du, nur weil der Osaka ist. Was? Das ist nämlich jetzt dieses, äh, Hanna, diese Person-Sache. So. Willkommen, Commander Shepard. Äh, warten wir euch, ne? Ja. So. Da soll das ganz hinten irgendwie sein. Was werden Sie tun, wenn das Reaver streitkräfte insilieren nehmen. Ich gucke mal. Ob das stimmt. Dahin steht schon ein verdächtiger Mann. Der war nix bringt. Hm. 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 Hey, ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen. Wir wollen mit Aria zusammenarbeiten. Hm. 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 Die haben ein bisschen, der Volos sind angeblich auf dem Weg zum Urus. Hä? Ah, okay, wir müssen doch nochmal zu den Botschaften verdammt. Haha. Ja, ich habe jetzt so ne kleine Anleitung nebenher liegen, aber die sagt mir halt nicht so extrem viel. Ja. Haha. Das ist.. ähm. Es ist so zu gefangen. minimal problematisch auch schön dass die alle übereinander liegen so da ist ich begreife die lage durchaus natürlich lese ich täglich die namen der gefallenen aber bitte bitte eine fortsetzung der suche könnte für meine familie ein leben in frieden bedeuten wird jemand im einsatz vermisst mein sohn billal und die bürokratie hat offensichtlich kaum mitgefühl ich bin botschafter dominik osoba der trupp meines sohnes kehrte von einer mission auf benning ohne ihn zurück sie trinken im flux sehen mir aber nicht in die augen ich bezahle für jede information falls billal noch lebt wollen wir ihn zurück falls nicht können wir beginnen ihn zu betrauern wenn ich was finde gebe ich bescheid danke dadurch komme ich in jedem fall etwas zur ruhe okay das ist nicht die person gewesen das ist nur es war avira ist sie denn nochmal hier ist nix 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 66 66 66 66 auch nicht auch nicht knapp er kann sich nur noch in einem der büros befinden ich bezweifle dass udina einer der kontaktleute ist sie haben ihr spekter status angeboten und sie hat akzeptiert das stimmt der rat braucht dringend loyale agenten williams gehört zu den ersten von vielen schön für sie höchste zeit dass es leistung endlich anerkannt wird ihre dienstakte spricht für sich sie hat überlebens- und kampfinstinkt und ist außerdem nicht käuflich ich werde gut auf sie achten keine sorge die zeit ständig dieser druck durch die termine wäre das dann alles ja ich muss gehen ich werde hier sein okay irgendwie ist hier etwas nicht möglich da muss ich zu einem terminal ich gehe noch mal alle terminals in den botschaften ab wenn ich hier wird auch so eine bug problemlösung gesagt ich hatte ja auch diesen zugriff zum computer bekommen für diesen mit meinem speck das status deswegen kann ich da irgendwie irgendwas überprüfen aber keine ahnung ist jetzt nicht wirklich bezweifle dass einem wasserautomaten das ist ich hätte jetzt echt gewiss auf so ein kaltes glas wasser das wäre echt schön so was haben wir denn noch hier ist sonst nix dann mache ich mein cut und guck mir eine problemlösung an bis zur nächsten folge und tschüss